Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM NMVS mit dem Mod Long War Season 5. Auf uns wartet gerade eine VIP-Mission und die sollten wir auch ziemlich zügig erledigen. Jo, start der Einsatz. Hervorragend, wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ich ebenfalls, mein Freund, ich ebenfalls. Ich hab mir jetzt mal die Mühe gemacht ein paar Leute mit uns umzubenennen. Und ja, wir haben noch ein paar Leute, die wir noch umbenennen müssen. Aber jetzt würde ich jetzt mal sagen, packen wir hier ein halbwegs vernünftiges Team zusammen. Und ziehen danach weiter. Die Frage ist, möchte ich einen Sniper mitnehmen? Naja, ich möchte zumindest einen Gunner dabei haben. Ja komm, wir nehmen einen Sniper mit und gut ist. So. Wir steigen natürlich auf HE-Granaten um. Und nehmen auch ein paar Blindgranaten mit. Ähm. Schrotflinte. Gefechtscanner. Und noch ein paar HE-Granaten. Gut. Damit können wir die Deckung der Aliens ganz gut auseinandernehmen. Und das ist ja relativ wichtig. Medikix und Schrotflinte. AP-Granate. Nehmen wir vorsichtshalber eine Rauchgranate mit. Ersatzmedikix ist interessant. Nehmen wir hier definitiv mal ein Laservisier mit. Und noch keine Ahnung. Ne Blendgranate. So. Laservisier und Bewegungsmelder. Und unser Sniper bekommt ein Laservisier und noch dazu ein Backup-Medikit. Jo, dann können wir eigentlich los. Wenn nichts schief geht, sollte das eigentlich eine Formalität sein. Aber naja. Es kann ja immer etwas schief gehen bei dieser Mission. Und man weiß selten, was es war. Also, im Vorfeld. Natürlich. Gut. Wird erledigt. Und ich überlege jetzt schon, welchen Weg ich diesmal einschlage. Den Klassiker durch das Geschäft durch. Oder vielleicht doch was anderes. Die VIP bei diesem Einsatz heißt William Thorne. Ein einflussreicher Politiker, der verdächtigt wird, mit den Aliens gemeinsame Sache zu machen. Sie müssen ihn lebend erwischen, damit wir ihn verhören können. Schaffen Sie einen Skyranger hierher. Neues Ziel erhalten. Wird erledigt. Erstmal gucken, ob irgendetwas in der Nähe ist. Bin unterwegs. Oh, das sieht ja mal interessant aus. Hier irgendwo ist irgendetwas. Ein einzelnes Alien? So. Nun, ich möchte niemanden draußen haben, von daher. Aber in der ersten Runde sollte das in Ordnung sein. Denke ich zumindest. Ob es wirklich in Ordnung ist, weiß ich so pauschal auch nicht. Das ist doch lächerlich. Denken Sie ernsthaft, ich würde mein Land hintergehen? Ich bin kein Verräter, verdammt. Das werden wir herausfinden. Für diesen Zweck müssen Sie einfach mal mit uns kommen und dann werden wir weitersehen. Schluss. So. Du stellst dich definitiv mal hier hin. Und der Rest gönnt sich mal in Overwatch. Bis auf Xander. Der macht hier erstmal Steady Weapon. Hm, Secktoids. Interessant. Ja, und da landet schon mal der erste Sin Man. Wir sehen die noch nicht einmal. Äh. Das ist ein Problem. Sag bitte, dass du die Granate da hochwerfen kannst. Nee, sieht nicht danach aus. Hm. Oh man, ich hoffe, das löst nicht den Overwatch aus, wenn ich dich da bewege. Höchstwahrscheinlich doch, oder? Hm. Und ich habe kein Scout dabei. Das wird ja noch schöner. Dazu haben Sie kein Recht. Ich bin ein Diener des Volkes. Auf wessen Befehl handeln Sie? Ja, auf Befehl von mir, würde ich behaupten. Hm. Der Typ da oben macht mich wirklich nervös. Weil ich jetzt nicht wirklich wissen kann, was der alles einziehen kann. Sender, lauf. Oh. 67 Prozent. Au. Ja, ich hatte keine Wahl. Du musstest da weg. Zumindest keine Panik. Und ich hoffe, du löst dir nichts aus. Gut. Ach, du Schreck. Du musst nicht gehen. Du wirst gut gehen. Das fängt ja wirklich hervorragend an. So, Jeremy. Du gehst mal hier hin und passt hier mit auf. Ich frage, wie sieht er uns von da oben? Hm. Ist er da noch, oder? Es wäre schön, wenn er hier runterspringen würde und sich abschießen ließe. Dann hätten wir schon mal ein Problem wegen... Ach, da ist er. Hallo. Ähm, ja. Wo ist denn der jetzt? Sagt bloß nicht, dass er auf dem Dach ist. Wenn er auf dem Dach ist, dann wissen wir nicht, wo er steckt. Ich sehe hier kein Anzeichen auf den Thin Man. Ist ja alles andere als gut. Weil er kann ja jetzt überall stecken. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier hingehe, löse ich noch was aus. Nein, tue ich nicht. Na gut, wir müssen jetzt aussitzen. Ich sage nicht ein einziges Wort ohne einen Anwalt. Ja, ja. Du wirst schon noch reden. Keine Sorge, mein Freund. Wird da vielleicht die Rauchgranate hinwerfen, weil ich da Sender weggezogen habe. So, wo steckt der jetzt? Das ist wahrscheinlich rennt er jetzt übers Dach. Es springt hier hin und dann haben wir das nächste Problem an der Backe. Ah, da ist er. Hallo. Genau. Oha. Ist in Ordnung. Den Burschen kriegen wir down. Da mache ich mir keine Sorge drum. Nun gut. Lad mal wieder nach. Und du behältst den Kopf unten, Freundchen. Jetzt müssen wir uns dann erstmal komplett neu formieren. Ah, guck einmal. Da kommt ein Sekt heute. Eine Drohne haben die auch dabei. Ist ja schön. Ähm, welche Seite denn? Ach so, du bist jetzt flankiert. 94 Prozent. Das ist in Ordnung. Nun gut, geh mal da rüber. Immerhin 54 Prozent. Das ist ja auch schon mal was wert. Danke an Theodor hier mal nach vorne. Und schießt und schießt mich mal auf die Drohne. Wunderbar. So, Sander, auch wenn ich dich gerne schießen lassen wollen würde, gehst du erstmal hier rüber. Du behältst den Kopf unten, Freundchen. so. Ich bin auf, Kommander. So. Du behältst auch mal den Kopf unten. Hm. Du gehst hierhin ins Eck. und du gehst erstmal hier rüber. Behalt den Kopf unten für alle Fälle. Da drüben ist was zu Bucht gegangen. Nun gut. Ah, du bist vermutlich. Das freut mich für dich. Oha. Auch so ein 18-prozentiger Schuss kann treffen. Das dürfen wir niemals vergessen. Hallo. Ein Feldposten. Natürlich. Und ich hab keinen Scout. 43 Prozent. Probier mal. Wunderbar. Läuft. Und du kannst dich jetzt mal direkt revanchieren. 64 Prozent. Sehr schön. Damit ist erstmal wieder Ruhe. Du gehst den Kopf unten. Wir nutzen die Zeit zum Nachladen. Und gut ist. Eine Runde laden wir noch durch und rücken wir vor. Naja, hier könnten wir an sich schon vorrücken. Oh, da ist ein Sin-Man. Hallo. Na, du? Dabei wollte ich doch nur nachladen. Geh mal weiter vor. Dann werden wir wohl oder übel die erste Deckung sprengen müssen. Aber nicht zu viel, weil ein bisschen Deckung können wir noch gebrauchen. Wüsst du wahrscheinlich geht alles kaputt, nur nicht genau. Es geht alles kaputt, nur nicht das, was wir bräuchten. 26 Prozent. Komm, suppress mir den einfach. Dann kommt der zumindest auf keine dummen Gedanken. 29 Prozent. Nur ist mir ein bisschen wenig. Erstmal hier rüber. So, und du behältst den Kopf unten, wenn ich bitten darf. So, Info, Mauser, du deckst noch die Tür, falls da was kommen sollte. So, mach kein Quatsch. Sehr schön. Nun gut. Ja, ich könnte jetzt noch eine Granate werfen. Oder einen 49-prozentigen Schuss ausprobieren. Ich glaube, das wird nichts. Nein. Beim nächsten Mal vielleicht. Ich könnte hier wirklich sehr dicht rangehen und suppress mir den noch eine Runde lang. Ich kümmere mich um. Hab keine Patronen mehr. Gut. Ja, das wird nichts. Nee, irgendjemand muss mir den Runden freihalten. Und, was machst du? Schießt wieder mit 11 Prozent. Irgendwann trifft der. Nun gut. Auch wenn ich mir die Granate gerne aufheben wollen würde, spreng mal bitte endlich die Deckung weg. Sehr schön. So, und dann einmal abräumen, wenn ich bitten darf. Danke. Gut gemacht. Gut gemacht. Was für eine Granatenverschwendung. So, jetzt laden wir aber nochmal nach. Das kannst du auch weiter vorne machen, denke ich. Ja, rechts von uns ist wirklich irgendetwas. Da bewegt sich einfach viel zu viel. So, hier wird nachgeladen. Hier wird der Kopf unten gelassen. Wir haben es zum Glück nicht eilig. Genau, da hab ich euch erwartet. Und jetzt die Tür hier auf, oder? Nun dann, William. Abmarsch. So. Dann kannst du mal hier rüber gehen. Du bleibst hier in Position. Und du marschierst mir schnurstracks darüber. So, du machst dich mal bitte hier steady. Und du wartest da noch. Wenn dir jetzt die Tür aufgeht, dann haben die Boys ein Problem. Ob die so clever sind, weiß ich jetzt pauschal auch nicht. Nun gut. Wow, die Tür da vorne ist offen. Sehe ich das gerade richtig? Genau. Das könnte ein Problem werden. Position bestätigt. Oder sonst nichts anderes aktiv ist. Können wir schauen, ob wir das Horn hier irgendwie rausbekommen, ohne größere Schwierigkeiten. Drücke aus. Genau, du gehst mal hier rüber. Und du wartest da bitte noch. Ja, das hast du gut erkannt. Schon wieder da oben auf dem Dach. Diesmal mache ich so einen Quatsch nicht mehr. So, William. Naja, du kannst hier mal in die volle Deckung rüber marschieren. Ähm, du hältst den Kopf unten und dann warten wir mal, was das Wind so treibt. Hm, anscheinend nichts. Aber das ist ein gutes Recht. Vielleicht überprüfen wir mal den Motion Tracker und stellen fest, dass nur auf der Seite einer ist. Ich mach mich los. Direkt voraus scheint nichts zu sein. Nun, ich würde direkt bis hierhin kommen. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir den William auch so raus. Dann müssen wir uns nur noch um die verbliebenen Aliens kümmern. Feindkräfte im Anrücken, Strike One. Gefechtsbereitschaft. Ist gut. Und wieder auf dem Dach. Nun gut, wie viele Runden brauchen wir denn noch? Eine ganze Menge. Hm, nun. Aber da wird es jetzt langsam ein bisschen interessant. So. So. So, jetzt gucken wir mal. Ah, guck mal. Hallo. Ah. Das ist nicht gut. Würden wir dich jetzt rein terroristisch da rausbekommen? Ja. Wir müssen uns nur davon überzeugen, dass da kein Overwatch ist. Oh, guck mal. Wir nehmen hier mal die Tür auf. Guck, guck. 44 Prozent. Probier's. Immerhin. Guter Schuss. Reicht das? Das lief ja optimal. So, machst du mir hier mal die Tür auf? Stellst fest, dass da nix ist. Na dann, William, raus da. Wo bringen sie mich hin? Ich verlange eine Antwort. VIP ist an Bord und in Sicherheit. Gut gemacht. Jetzt müssen sie nur noch die übrigen Feinde erledigen. Wir haben ein neues Ziel. Natürlich. So. Jo, dass das nix wird, kann ich mir schon denken. Und das wird auch nix. Hm. Bleib mal bitte in Position. Und du gehst mir mal hier rüber. Ah, du hast Lichtkontakt. Finde ich gut. Bestätigen. Dann kannst du mir mal hier an die Tür rüber gehen. Und die Augen offen halten. Und da ist gerade irgendwo wieder eine Tür aufgegangen. Ich glaube, jetzt kommen alle Aliens direkt zu uns. Ach, du machst einen Feldposten. Finde ich gut. 48%. 48%. Hört sich nach einem Plan an. Was sagt Sender dazu? 44%. Naja, probieren schadet ja nichts. Sehr schön. So, Informause. 48% sind geboten. Ne. Ne. Ja, passiert. Mach dir nix draus. Vielleicht sollte ich hier noch ein bisschen absichern für alle Fälle. Nicht, dass ihr doch nur schießt und irgendwie ausgesehen trifft. Und ich hab schon mal bessere Rauchgranaten gesehen. Naja, immerhin bist du im Rauch drin. Ja, ich glaub, das war irgendwie so ein Fehlzünder. Nun gut. Warten wir noch ein bisschen. Du gehst nach. So, was treibst du? Du verziehst dich. Nun kommen wir mit Run and Gun an dich ran. Tatsächlich ja. Sniper? Nein. Ah. Sag bloß nicht, dass der Rauch außerhalb ist. Ne, ne, der ist schon drin. Ich glaub, in der Nähe dürfte sonst nix mehr sein. Hallo, Spongel. Genau. Der sagt mal Tschüss und gute Nacht. Ja, das war's. So, dann müssen wir nur noch die anderen Aliens finden. Aye, aye, Commander. Renne! So, oder waren's vielleicht noch ein paar mehr Thin-Man, von denen ich grad nix weiß. Ist jetzt richtig gefährlich, was ich hier mach. Wenn hier noch ein weiterer Thin-Man ist. Nun gut, geh mal hier an die Tür. Genau, du ziehst dich erstmal zurück und lädst mir mal nach. So, Sender geht mal hier rüber. Es ist die große Frage, in welcher Tür stehen die drin? Bin dran. Ritter, Commander. Bist sonst noch jemanden, den ich bewegen müsste? Sieht nicht so aus. Genau, ihr seid in der Bar drin. Was war das? Hm. Mach mal die Tür auf. Guck, guck. Vier Wecktolds. Da kommen sie. Nun gut. Da können wir vielleicht hier schon mal ein Blatt machen. 84% immerhin. Ist doch auch schon mal was. Ja, ein Streifschuss ist das. 28%. Ich bin auf der Move. 68. Nicht die Glasscheiben kaputt schießen. Das wird sonst ein bisschen teuer. Na komm, probierst du noch mal. Nein. Verdammt. Na komm, du kannst mir den mal suppressen. Feuerschutz. Schieß aber deinen Kollegen bitte nicht die Deckung weg. Sonst wird das ein bisschen brutal für uns. So, Sender sieht von hier aus nichts. Das ist dann schon relativ schade. Äh, Blendgranate mal hier rüber. Weil der wird suppressed. Der ist geblendet. Der hat Red Fog. Und der... Keine Ahnung, was der tragen wird. Nun gut. Der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen übermutig werden. 36%. Oh oh. Das war nicht gut. Wo rennst du hin, Freundchen? Zweimal State Posten? Ich weiß, dass ich keine Granaten mehr hab. Oh, ein 66%-Digger daneben geschossen. Ja, mal 53%. Reicht auch nicht. Verflucht. Verflucht. Zielverwegt. 68%. Ja, ohne sein Mind-Merch wäre er jetzt tot. Hm. Ich könnte ihn durch die Mauer durchblenden. Wäre vielleicht sogar sinnvoll. Nicht, dass es noch irgendwie auf irgendwelche Schwachsinns-Ideen kommt. Okay. So, du machst wieder ein Mind-Merch auf einen deiner Kollegen. Du bist ja geblendet. Da dürfte eigentlich nichts Schlimmes passieren. Denk ich. Oh oh. Ja, 11% sind 11%. Ja, keine Panik, Leute. Das bekommen wir schon hin. 66%. Jetzt aber, oder? Wunderbar. Dann schießt du mir nochmal auf den hier. Geht doch. Du schießt mir aber mit 53% auf den Taster. Gut. Ist doch halb so wild, wenn die Kanone leer ist. Dann würde ich am liebsten noch einstürmen, aber das kann tödlich enden. Du wartest hier noch ein bisschen. Nun gut, wenn er sich nicht bewegt, wird er gesniped. Wo rennst du hin? Ach so, die sind alle ein bisschen unentschlossen. Sniper. 64%? Sehr gut. So, Jeremy, was sagst du dazu? Du hast kein Ziel. 44% nur. Können wir da irgendwie mit einer Granate dienen? Na komm, zwei Schüsse mit 45%. Da wird einer sitzen. Sehr gut. Jo, wir sind unterwegs. Jo, damit bekommen wir jetzt einen weiteren Soldaten für unseren Trupp, wenn ich die Belohnung noch richtig im Kopf habe. Damit kann man doch schon mal arbeiten, oder? Ich hoffe mal ein paar Beförderungen auch, aber ich glaube eher weniger, oder? Ach doch, da haben wir ein paar. Doc, du machst mir mal Feldchirurgie. Theodor geht auf Feuerschutz, Covering Fire. Und der Jeremy bekommt Zepper. Hm, 19 Tage. Das ist so doof. Okay, Mini-Fehler, beziehungsweise so ein Schwachsinn muss ich irgendwie abstellen. Entweder gehen alle in den Raum oder niemand. So, wenn wir es in Zukunft handhaben. Ganze zwei Melder haben wir noch bekommen. Gut. Wir bleiben in Kontakt, Commander. So, was bist du nun für einer? Stella Brandau. So, was machen wir denn aus dir? Ich bräuchte eigentlich wieder einen neuen Scout. 413, damit wärst du eher ein durchschnittlicher Scout. Ja, du bist ein Lance Corporal. Das musste ich nochmal kurz überprüfen. Ähm, ein Scout kann ich gut gebrauchen. Bei den vier Tagen kommt zwar wieder ein Scout zurück, aber... So lange möchte ich ehrlich gesagt nicht warten auf einen Scout. Dementsprechend wirst du jetzt ein Scout. Und du bekommst direkt Rodo-Zielen von mir. Wunderbar. So, 75 Coten haben wir auf dem Konto. In neun Tagen ist ein Satellit fertig. In 22 Tagen... Ja gut, ich hätte vielleicht mal die... Zeit berücksichtigen sollen, wie lange wir da... Na gut, ein Ingenieur mache ich. Waffenfragmente kommen bald eh wieder rein. Und da ist unsere Radaranlage fertig. Wunderbar. Schiffenkontrollzentrum bereit. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Danke, Dr. Shen. So. Etwas weiteres bauen können wir jetzt eigentlich nicht. Ja, wir sind hier im Sparmodus. Wir können mal gucken, ob wir diesen Monat noch eine Mission... Moment. Da hat mich ja richtig die Stimme verlassen. Kriegen wir diesen Monat noch eine Mission oder so? Grabung abgeschlossen, abgeschlossen. Weil der sich nicht einfach so viel bullen soll. Ah. So, dann schießen wir dich mal ab, würde ich behaupten. Mal schauen, ob Friendly Skies immer noch sein... seine Arbeit tut. Wir sind dran. Ja gut. Ja, die 15% Treffsicherheit lohnt sich schon. Ja, und wir haben... eine weitere kleine Crash-Side. Und die werden wir dann beim nächsten Mal erledigen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.